Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Part Schenk 2 So, das müsste ungefähr die Stelle gewesen sein, wo wir aufgett haben Müsste jetzt noch eine Zwischensequenz mit dem Heli kommen Gleich Äh... ja Da ist er Machen Sie erstmal diese fette Knache kaputt, dass ich die nicht mehr benutzen kann Und... Weg hier, weg hier Nein, ich renne einfach weiter, hier wird nichts Ah, nein The fuck Holla die Fee Woah Was, was, was Oh crap Oh crap Gegen den will ich nicht fighten Muss ich gegen den fighten? Woah Okay Ja, ein bisschen übertrieben Aber nur ein ganz kleines bisschen übertrieben Dirty Docks Ach du Schande Nein Ich sag bloß Ja, eindeutig Ich hätte bloß Diese sequenz noch spielen müssen, da hätte ich das kapitel durch gehabt So habe ich das komplette kapitel bis dahin nochmal spielen müssen Ja, ja, schade Na gut, die ganzen Stats hier, die stimmen natürlich jetzt nicht so ganz Glaub ich Ja, ich hätte das kapitel gerade nochmal gespielt habe, aber egal Gut Was haben wir denn da Ja, lockt Was kommt dann da noch Ach, ein Hammer Ach du Scheiße Ja, gut Pistols Was Was sieht die shotgun Wo kriege ich die eigentlich Die möchte ich ja unbedingt haben eigentlich Ja, hier haben wir ja nichts anderes als Ja, ich nehme die Granaten Äh Outfits muss man sich dann auch erst noch freischalten So Dann lade mal Schön Ich bin schon mal gespannt wie das klappt heute Ja Vor allem mit den kommenden Kapiteln Ach du Schande Oh Oh Ja, das sind ja Die hängen ein bisschen zu arg, ne Aber die wärmt sich ihren Arsch, ne Ja, und böse Jungs sind natürlich auch da Nicht nur schicke und hässliche Mädels, sondern auch böse Jungs Oh nein So Und weiter geht's Ich wollte dich eigentlich tun hier So Was Moment mal, ich hätte gerne diese 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 Krieg es irgendwie mal hin Dass er Oh Diese Attacke hier nochmal macht mit der Hätten Säge, jawohl Okay Okay, wenn ich jetzt hier nicht aufpasst bin ich mal bald Dezent tot Ey komm Du blöde Tussi Verreck mal So, danke Ich glaube ich verrecke eh gleich Was haben wir denn da Schönes Ne Fackel Die hatten, sowas hatten wir auch schon, oder? Ja Half price for this one Haha Auch Ein bisschen Tussi Ja Ja Woh Ja Warum ich auch ein Auto kaputt mache, hm ups im gleister jetzt habe ich hier die fackeln das ist doch wird wird kombo king irgendwas haben die sich gerade gegenseitig hier schaden gemacht die mädels ja mit der fackel aber was haben wir hier wieder für schönes feines das ist so wenig so ist noch jemand ohne fahrschein hier nicht aber wahrscheinlich hier gleich das ist da unten kann man nicht okay moment mal ich möchte dann doch schon gar nicht nein hunde 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 wie habe ich dir jetzt hier ah schau her party flyer mehr haben wir hier nicht okay dann muss ich jetzt wieder hoch ein bisschen runter okay der macht dann hier damit da war doch auch noch mal einer oder okay gut dann gehen wir halt hier hoch okay da will er echt nicht hoch irgendwie scheint das wohl nicht ganz so zu sein sollen was weiß 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 ach so ja du schaufel typ ach man die sie machen immer der match hier die großen beim aufstehen schlagen sie mit so mit den armen und das ist das war jetzt doof konnte ich es nicht bewegen mich gib mir deine schaufel danke ich hätte auch gar noch was zu trinken das war es ist hier echt rar gesät in diesem teil in teil 2 so energie trinks okay die scheinen sich irgendwie zu ohne sieht nach groß aus 1 1 und 2 2 2 1 2 2 3 1 Please enjoy all we have to offer. It will surely be a night you will not forget. Was der Hex? Intruder! You can get me, Shane. Haha. War ich wirklich so lowlife schon? Ja, ich hab mir ja was zu trinken gewünscht. Ja, schön. Ich hätte gerne... Ich möchte deine Schaufel wieder haben. Das find ich jetzt echt, äh, gemein. Hör mal alle hier rüber. Ach man, ich komm ja gar nicht dazu, das Ding zu benutzen. Ach komm, scheiß drauf. Wie werfe ich das Ding nochmal? Sooo, Mädels. Schluss mit lustig. Sooo, Mädels. Schluss mit lustig. Mensch, 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 Mensch. Ich möchte... Möchte doch diese... Attacke machen hier. Ah, jetzt das. Ich darf es wieder. Ah, da muss ich echt... drauf achten, dass ich hier... genug Platz habe, scheinbar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah. So. Ach, ich dachte, der würde hier ordentlich... brennen. Na, wo bin ich denn? Ah! Ah! Shit. Ich darf, ich glaube, ich darf jetzt alles nochmal machen. Natürlich darf ich alles nochmal machen, weil ich, äh, blöd bin. Ich bin echt blöd, ich krieg das nicht hin mit diesen... mal kaputt. Ich will die... Es klappt nicht so, wie ich das mir wünsche, ne? Oh, wünsche ich mir das. Ich mach das jetzt einfach so. Solange es so klappt. Ich hätte das weiter so verfolgen sollen. So. Dann... Ich muss nur aufpassen, dass die Ketten-Säge erst drücken, wenn ich, äh, bereits im Laufen bin. Dann... ...seh ich das jetzt. Komm her, du Bitch. Ja, äh... Puh. Die Schenk. Die Schenk. Da, Mädels. Nichts ist. Da. Okay, ich bin gerade gedamaged worden. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Deswegen konnte ich die Attacke gerade nicht machen. Ich werde dann... ...stehen, leider. Jetzt mal, wenn ich... ...Schaden nehme. Aber ich ist gerade richtig schön. Das war mit. Das war mit. Das war mit. Das war mit. was die er sagt nicht ich habe keine ich habe keine granaten was die wo moment mal es ist gemein man hat drei kanaten stirbt und kriegt dann hat da nur noch eine hat das ist schon das ist schon gemein nein gehört mir nicht gemein diesen hier muss ich öfter mal machen ist man so ist noch irgendwas hier rumliegen was haben wir hier molotovski auch nicht schlecht den lasse ich mal jetzt liegen ach man immer diese scheiß waffe da immer fallen ist man weg mit ihr werden gleich kommen wieder gegner was ich gehe jetzt doch mal hier noch diese flasche holen ich glaube mittlerweile kann ich es nicht vertragen da ist soweit dachte ich wäre weitergegangen meine güte diese hundefiecher sehen auch mehr nach wölfen aus alter wenn sie jetzt nicht gleich anfängt zu gewidern seit jahrig gewidern hexten wo steht denn da dauernd wieder runter ich wusste doch ich bin nicht ganz cool dass man die so richtig nice ausschalten kann die ketten säge ist schon eines meiner lieblichste werkzeuge hier jetzt so wie es beim letzten teil die schrot findet über acht kommen immer meinen knochen zum boxen da ist noch einer ein bisschen abwechslung ab und zu und dann nehmen wir hier wieder die schaufel ist das überhaupt nur ja doch das sieht von hier aus wie so ne ne achse aus oder so ein beil oder wie immer hat halt scharfe kanten diese warte mal die habe ich doch jetzt bestimmt nicht mehr dabei oder doch die nimmt damit ok das ist gut finde ich cool und all diese mystische blöde ist nizzen nizzen nimm doch mal diesen dings da auf wobei ich auch festgestellt habe eben beim nachspielen von dem einen stückchen dass die dinge auch wieder verschwinden nach einer weile verschwinden und und ich dachte man könnte die jetzt vielleicht noch runter schubsen aber leider nicht so ok dann können wir also jetzt hier kanaten aufsammeln kann ich die die missing person collector alles klar nutzen wir auch mal ach ich kann jetzt hier na so ist das also ich kann entweder mollys oder granaten ich weiß eigentlich kann ich mit denen auch ja ich kann mich wahrscheinlich auch selbst verbrennen nein ich dachte eigentlich eher ich könnte vielleicht nein ne oh im im tas im schn im im Eigentlich möchte ich hier nicht unbedingt gleich wieder drauf gehen bei. Ey, was kann man mit dem Kessel machen? Wahrscheinlich auch wieder werfen. Habe ich überhaupt jetzt was gemacht mit? Ah, cool. Na, komm her. Oh. Ich hasse euch. Nein, nein, oh, nee, 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 nee. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja, das ist wieder richtig, äh, klasse. Jetzt kann ich hier... Das hier. Ja, toll. Ein Molo oder zwei K... Ach, Mann. Das finde ich gemein. Ich könnte hier ruhig, ähm... Verdammt noch mal. Kann ich noch den Checkpoint... Ach, wisst ihr was? Das mache ich jetzt auch. Ich werde den, äh, Checkpoint hier... Okay, kann ich gar nicht, oder? Kann ich keinen Checkpoint laden. Ja gut, aber ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich, äh, lasse mich dann halt killen und, äh, lasse den Checkpoint von oben, äh, wieder starten. Ich will da unbedingt versuchen, diesen, äh, Molotow runterzuwerfen. Vielleicht klappt das ja irgendwie. Aber ansonsten würde ich sagen, mach mal hier im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.